Jungen Leute, herzlich willkommen zu einem kurzen Video. Es ist ein Info-Video und eine Sache ist cool, die andere nicht so. Die coole Sache seht ihr gerade, das ist das Texture-Pack, das Red-Dash-Pack für die Version 2.1.1 konnte ich endlich runterladen. Da sind ein paar neue Sachen da, das ist jetzt auch rot und ja, so ein paar andere Sachen. Da die Icons, das sieht ein bisschen neu aus hier. Dann hier, das ist sehr geil, der hat das wirklich richtig cool gemacht. Da auch die Gondels und so, also das ist richtig geil gemacht. Das war es aber eigentlich schon mit dem Texture-Pack, also ich wollte euch das nur sagen. Das werde ich jetzt auch verlinken, hier in der Videobeschreibung für Steam, für die 2.1.1. Ich werde das auch für Android noch verlinken. Ja, genau. Das war das Erste und das Zweite ist nicht so cool und zwar OBS hat ein Problem. Ich habe das nochmal kurz getestet mit Minecraft, das ist wirklich OBS, das liegt nicht an Geometry-Edge. OBS hat ein Problem und ich könnte jetzt nur noch mit Nvidia streamen, was allerdings nicht so gut geht, weil das dann einfach auch laggt. Und wenn ich mit OBS streamen, dann habe ich etwa 5 FPS im Spiel. Und das geht natürlich nicht. Ich kann ja nicht, äh, denkens, da, ähm, äh, ja, äh, Geometry Dash mit 5 Hertz spielen. Also 5 FPS, das geht nicht. Und, genau, das ist halt das Ding. Das ist, weshalb auch jetzt in der letzten Woche keine Streams gekommen sind, tut mir auch leid. Und sobald das Problem behoben ist, werde ich wieder streamen, aber das geht jetzt halt nicht. Es tut mir wirklich leid. Das war jetzt nur die kurze Info, also, ich weiß, wie viel lang es geht. Ich, ich, ich mache, ich mache euch Update-Videos, wenn es länger geht, aber sonst, ja, genießt doch kurz den Drop. Yay, okay. Bis dann, Leute, das war das kurze Info-Video, also, tut mir echt leid. Wir sehen uns, ihr hört von mir. Heute leider kein Stream wegen OBS-Problem. Tut mir leid, bis dann und ciao.